Es ist ne Klitoris und kein Rubbelos. Es gibt ne Menge schräger Typen da draußen. Aber was, wenn es ne App geben würde, die dir zeigt, wie die Person ist, bevor du sie getroffen hast? Der Psychopath. Der Tröster. Der Nestbauer. Dann hast du ja immer ne normale Frau mit. Davor gewahren, neben dem Falschen aufzuwachen.